Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Dead by Daylight und ich bin jetzt Killer Curry. Bist du bereit, oder was? Ey, ich hab mich noch nie so auf ne Runde gefreut wie jetzt, ne? Da hat einer keine Opfergabe gemacht sich gerade. Nein, du Opfer! Rudolf, da ist der Killer. Ne, ich hab eine gemacht. Ne? Also, ich hab auch eine gemacht. Curry hast du vielleicht vergessen, weil du hast ja gewechselt gerade, ne? Wir haben zwei Boxen mehr. Aber ich hab die, ich weiß, ach, es kann sein, dass er zurückgesetzt wurde, ja? Ja, hast du jetzt zurückgesetzt. Hast du jetzt auch keine Perks ausgewählt? Dann hab ich keine Perks. Ne, die Perks bleiben. Äh, dein Werkzeugkoffer. Geil, der Ladebildschirm. Was denn? Was machst du da? Was piepst du da gerade? Ja, das piept aber oft. Ist das dein Ventilator? Jaja, ist der Ventilator. Man hört die ganze Zeit nur... Also, manchmal nicht. Oh Gott. Oh, der Sumpf. Oh nein. Oh, Tobi, du bist doch wohl nicht... Alter, meine Kamera schwingt und ich seh nur Blätter. Alter, der Sumpf. Boah, wär geil, wenn er jetzt... Sumpf ist Trumpf, oder? Okay, Tobi, ich hab richtig Bock jetzt, okay? Okay, okay. Lass einfach mal treffen. Ja, wo? Tobi, lass uns treffen! Hä? Was denn? Ich frag mich grad, was er ist. Was er da so rumgeschrien hat, meinste? Ja. Ich spür, dass jemand muss bestraft werden. Das war der Name. Ego heißt er. Tobis Ego. Ihr müsst euch bückeln vor mir. Wir müssen bestraft werden. Was? Tobi, du hast gesagt, die Pan und ich sind diese Runde aus dem Schneider. Ja, ich weiß. Ich suche ja auch... Achso, ja. So gut. Hat er denn? Tobi, ist echt nett von dir, ne? Weil wenn du euch ehe, kann ich natürlich nicht widerstehen, ne? Das ist, das ist eklar. Aber ihr versteckt euch. Wie, wie nicht widerstehen, Tobi? Wir versuchen dir nicht in die Quere zu kommen. Ja. Das ist das Beste, ja. Ja. Wir nehmen auch Rücksicht auf deine Gefühle, Tobi. Also er hat seinen Pfahl extra lange geschliffen. Hat er mir gerade gesagt. Aber wenn man einen Gleichstift lange anspitzt, ne? Dann ist ja irgendwann weg. Tobis Pfahl ist weg. Hi. Ich hatte doch keine Pfahl. Du weißt, dass es nicht gut ist, dass du mit mir hier zusammen bist. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich warum. Es tut mir so leid. Alter, ich hatte gerade total den Blackout einfach. Weißt du, das Rad ging los und ich so. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Der ist da getroffen. Der ist der Doktor. Tobi, du hast gesagt, ich bin ja nicht in die Quere gekommen. Ich bin ja nicht in die Quere gekommen. Tobi hält nie das, was er sagt, ne? Ich mach doch gar nichts. Ja, ja, genau. Angst hast du mir gemacht, Angst. Ich hab schon wieder gedacht, ich hab auch so ein Streaming gestartet. Puh. Ja, das ist lustig, wenn sowas passiert. Das ist echt gut. Also, so schlimm wär's jetzt eigentlich nicht, bis auf unsere Lästerei. Es fällt den Freunden, Tobi, warum? Am Anfang ist er fett ablästern. Oh, was ist denn? Oh, Pan. Ich hasse Computerspiele. Ah, hey. Ich tue nur, als würde ich sie mögen. Hey, Pan, hey. Hey, Pan. Hey. Das ist gar nicht Pan. Aua. Das tat jetzt aber weh, Tobi. Was denn, Curry? Ach, das ist ja krass. Hä? Nein, was ist krass. Das ist hier ein geiler Effekt, Alter. Ich knapp die ganze Zeit Hallus, dass Tobi dann jetzt mit so... Ja, ich auch. Ich auch. Tobi, Tobi, Tobi. Und ich renn die ganze Zeit wie so ein Idiot. Ja, ich auch. Alter, das ist echt geil. Ey, das ist ja mega geil. Ich hab das erst gar nicht verstanden. Ich hab das erst gar nicht verstanden. Ich hab das erst gar nicht verstanden. Das ist so gemein. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil. Ja, du musst dieses Snap-Out-Of-It machen. Äh, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Tobi, du Schlingel, du. Was denn? Du geiler Hallonkello. Das ist ja geil. Schon ne coole Sache, ne? Nimm mich ein mit deinem roten Schweif, Tobi. Das ist ja... Oh, Schatten. Wie mach ich das denn nochmal? Oh, mein Gott. Höh, höh. Alter. Das sind alles nur Hallos, Erik. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist nur Hallos. Alles ist nur Hallos. Vor allem, bei mir war es grad voll verwackt. Da ging erst das Licht auf einmal. Zwei Sekunden später der Puls schlagt so. Das Schlimmste ist, aber wenn du es irgendwann nicht mehr ernst nimmst, dann steht der Wupp hinter dir. Das ist halt das krasse. Der Wolf im Schafmantel, Tobi. Schafmantel. Alter. Was ist daran so lustig, Paner? Auf mich auszulachen. Alter, ist das elendig, Tobi. Tobi, lass das mal. Tobi, ey. Alles gut. Ey, geile Licht ist go. Nice. Alles fresh. Ich bin's, der Onkel Zeche. Ich bin's, der Doktor. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist wirklich. Es ist wirklich. Es ist ja immer ganz cool, wie der Curry jetzt gerade, wenn jemand sagt, hey, der ist wirklich. Okay. Das Licht ist jetzt einfach nur wieder so ein Fake-Licht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde sterben, Leute. Ich werde sowas von sterben. Alles gut, Curry. Geh weg mit deinem Pfahl. Hau ab. Nein. Nein. Bitte lass mich. Ey, Tobi, ganz ehrlich. Guck mal, wenn ich dir je was bedeutet habe, ne, dann lass mich bitte loben. Okay. Oh, oh, oh. Also, das war jetzt schon ein hardes Statement jetzt, ne? Das ist halt so. Also, Donald wird dir das nie verzeihen. Ich sag's dir. Nein, Tobi. Du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Du ekelhaftes Stück Scheiße. Ganz ehrlich. Ich hasse dich, Tobi. Du bist richtig Scheiße, Mann. Guck mal, wie Low-Bob-mäßig der jetzt hier rumfliegt mit seiner Faust. Ey, wenn ich dich nochmal erwische, dann nehm ich deine Faust und steck die dir selbst in den Arsch, Tobi. Du wirst sehen, ey. Ich sag's dir, mein Freund. Du bist aber ein Zolti heute. Wie hab ich heute? Ich hab ein Zolti. Geil, ich kann sogar den Haken jetzt aus der Ego-Perspektive angucken. Habt ihr auch einen roten Kreis, wenn ihr... Wie er campt, ey. Wie er campt, die Drecksau. Und ihr müsst dieses eine Ding treffen, sonst geht der Strich wieder zurück. Der Ladebalken. Ja, ja, ich weiß, was der hat für ein Park. Das hatte ich vorhin auch. Das ist ja so mies. Dann müssen wir jetzt... Wie er die ganze Zeit am Campen ist, ey. Der ist so erbärmlich. Bin hier vorne. Ach, Tobi. Ja, komm. Hör mal. Ausreden über Ausreden, Tobi. Er ist schon längst wieder frei. Ich schnack dir einen. Ach, du bist doch Low, Tobi. Ganz ehrlich. Komm. Okay, Tobi. Hä? Warum? Hä? Hä? Was denn? Hau einfach ab, Tobi. Komm. Hau einfach ab, Tobi. Okay? Ich... Ich bin nicht leid. Alter, hä? Wo kommst du denn? Ich... Ich... Ich ramm dir den... Ey, ich ramm dir den... Ganz ehrlich. Ne. Du machst mich aggressiv, Junge. Wenn du einfach mal locker bleibst, Curry. Wenn du einfach mal locker bleibst, Curry. Wenn du einfach mal locker bleibst, Curry. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Verdammt, war doch echt. Siehste, er kann sein Versprechen nicht halten. Es ist einfach so traurig. Ich bin ja aus dem Weg gegangen, Tobi. Ist mir in die Füße gelaufen. Nö, du bist grad... Dann hast du schön gekämmt. Das stimmt, weil ich dich gesehen habe. Das war richtig cool, Tobi. Hä? Oh nein, das ist das fucking rote Licht, ey. Wie du da gekämmt hast, Tobi. Das war so geil. Ich hab gar nicht gekämmt. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ah, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Du brauchst damit gar nicht anfangen, Tobi. Kannst nicht abstreiten. Wie er sich freut, ne? Der kleine Hasenzahn. Komm her, komm her, Tobi. Super, Mann. Wie leid. Wie leid. Gott. Wie das immer anfängt und man einfach voll Angst hat. Ja, ich guck mich danach immer sofort um, so, hör. Tobi, ich hab echt Angst vor dir. Mhm. Du bist ne Lachnummer mit deinem Kittel, ey. Tobi. Waru Kenobi. Also wundere dich nicht, wenn du mich gleich kriegst. Das ist alles nur aus Mitleid. Ja, ja. Ich weiß. Weil du so ein herzliches guter Mensch bist, Curry. Du hast es erfasst, Onkel Doktor. Dennoch müsste ich die Darmspiegelung noch fertig führen, Hörig. Ja, das macht nichts. Das kennen wir ja schon. Du kennst das also schon, okay? Ich mein, wir, sag ich. Ich nicht. Boah, ist das nervös. So furchtbar. Boah, ich hätte jetzt so richtig Bock auf ne Darmspiegelung. Ich weiß. Ich weiß. Ich hätte so richtig... Bock auf ne Darmspiegelung, Tobi. Komm doch mal vor. vorbei. Ich weiß es, Curry. Ich weiß es. Wo bleibst du denn, Tobi? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ich bin ja schon fast da. Komm, Tobi. Komm, hey. Der Curry muss erst seinen Darm entleeren. Erschreck ihn mal. Boah, jetzt hab ich mir echt eingekackt, ey. Okay. Sprühregen. Schneekoppe. Ich hasse das roter Licht. Das ist echt scheiße, ne? Ich weiß nicht mehr was von roter Licht, weil ich kenne das ja. Jawoll. Ja, danke, Tobi. Komm, hol dir deine Darmspiegelung, mein Freund. Scheiße. Hol dir mein Freund, komm. Was? Die Darmspiegelung? Ja, Tobi hat Bock. Auf Entdeckungstour in... Sag mir, wo der Curry ist oder ich die Dame? Der ist hinten links. Hinten links, wo der Generator fertig gegangen ist. Du mich verarschst? Nicht. Alles klar, tschau, Erik. Ha, das ist das Kollegen-Schwein. Was soll das? Hä, hier ist doch schon längst weg. Die Information hat gar keinen Wert. Erik, das find ich jetzt aber gar nicht nett, ne? Hä, was? Ne, ne. Darmspiegelung auch für dich nächste Woche. Oh, geil. Jetzt freu ich mich ein bisschen. Blubb. Warum ist ein Morscherie drin? Wie geil. Alter. Ey, was ist das für ein Scheiß, Mann? Tobi, du bist ein richtiger Cheater, ganz ehrlich, ey. Nein. Hast du nicht wahr? Erik? Ja? Du hast gesagt... War da vorhin? War da vorhin? War da vorhin? War da nicht! Dann natürlich! Guck doch genau hin! Wie war da nicht? Du Schweine reise was! Tobi, lasset! Es reicht mir jetzt! Ah! Ah! Und mir sagen, waren da nicht? Was, Tobi? Was? Du hast nicht fett angelogen! Freundschaft beendet! Freundschaft beendet! Ach komm, verpiss dich doch, ey. Ganz ehrlich, du bist ein richtiger Kackprutzen, alter. Hab doch mal stehen können. Hab doch mal stehen können. Hab doch mal stehen können! So red ich doch gar nicht. Ich hab ein geiles Perk, womit alle Generatoren immer zurückgesetzt werden, wenn man den Strich nicht trifft. Hä? Das ist doch bei jedem so, oder? Das ist doch bei jedem so! 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 Ich schlau's mal piss dich! Ich sag ja, alles aus Mitleid! Alles aus Mitleid! Du kannst nix! Alles nur Ablenkung! Ich hasse dich! Für mich war das jetzt schon eine erfolgreiche Runde! Für mich war das jetzt schon eine erfolgreiche Runde, Mama! Ah! Also, da bist du jetzt wirklich! Oh Gott! Das lassen wir aber mal schön sein, okay? Lassen wir diese scheiße unten nicht, der ist! Ich habe das gute Gefühl, dass der Doktor dem Trubi erschreckend gut liegt! Und vor allem, ich hab die ganze Zeit dieses Blödelicht! Was? Was war das? Wie? Was? Ich hab sie vom Generator weggezogen! Ja! Ach so! Ja! Ist ein Perk, weißt du? Ja, glaub ich sogar! So ein Cheetah-Förg! Hat er schnell, hat er schnell in die Konsole eingegeben! Mhm! Dead by Dale hat die Tobi-Version! Ja! Der Tobi-Trainer! Ich hab so eine Workshop-Version bekommen von den Entwicklern! Guck mal, wie er wieder kämmt! Guck mal, wie er wieder kämmt, die Sau! Guck mal, wie er wieder kämmt, die Sau! Ich hab das nicht, der lügt! Boah! Alter! Wo ist er hin? Der Boof war nice, Alter! Hast du dich vergraben, Alter? Ja, na klar! Der war echt nice, der Boof! Wo ist er hin? Okay, stopp! Ich hör die, ich hör, ich hör jemand schreien! Ja, bin ich hier hinten! Ja, ja, aber warte mal, ich glaub der Erik ist ja auch irgendwo! Meinst du? Es war schön mit euch! Nein, Pan, du bist erst tot, wenn du tot bist! Okay, du bist tot! Ja! Hey, was war das denn? Hol mich, du komische Spinnstand, Tobi! Tobi, Tobi hat geschnarcht! Wow! Na, jetzt wird's ja spannend, Tobi! Komm, Erik! Ja, ja, immer wieder vorne, eher hinten, ne? Ach ja, Tobi! Die Luke ist da! Die Luke ist da, jawoll! Tobias, ja, Tobias! Was machst du doch schon wieder? Oh, ne, ey! Oh, ich glaube aber! Du wirst hier wahrscheinlich irgendwo bleiben! Stopp! Stopp! Weil hier nämlich die Generatoren fast fertig sind! Hä, wär ja schon schön blöd, wenn ich da bleibe, wo du eh mal guckst, wo du mich dauernd suchst! Könnte sein, könnte sein! Könnte sein! Aber vielleicht hast du auch wieder Glück und findest einfach so die Luke! Das könnte natürlich im Rahmen des Spiels kommen! Wie der einfach so'n Scheißhaufen fliegt! Ja! Die Frisur ist die Beste! Ja! Alles gefixt, gar kein Problem! Komm schon, du findest jetzt einfach die Luke und dann Easy entkommen! Aber das macht halt den Charme des Spiels auch einfach immer aus! Boah, ich hasse das! Wenn das langsam anfängt zu pochen und dann... Ja, Baby! Ja? Sowas von! Hau rein, Tobi! Ciao! Du bist so schlecht! Ciao, Tobi! Du bist so schlecht! Boah, das ist auch noch Glück gerade! Nein, das war alles Können, Mann! Geil, Erik! Du bist ein geiler Typ! 44.000! Nicht schlecht! Ich dachte eigentlich, ich hätte gut gespielt! Tobi, ich hatte fast nix! Ich wär trotzdem fast entkommen, ey! Ey, wie oft du an mir vorbei gerannt bist, das war echt krass! Ja, bei der Map irgendwie warst du echt gut getarnt! Ja, ich war getarnt, Tobi! So, neue Runde, neues Glück! Oh ja, Tobi, komm! Na klar! Gönn dir! Aber jetzt machst du mal einen anderen, Tobi, ne? Tobi, ich find, der Killer liegt dir aber! Muss ich aber sagen, ganz unabhängig davon, ich find, der Killer liegt dem, Tobi! Ja, den hast du gut gemacht! Hast du gut gemacht! Ja, war der Tolle, danke, ey! Den Killer solltest du echt weiterhin benutzen, ne? Super! Guck mal! Hm? Hast du das jetzt ernst gemeint? Nein, er, er kann damit so gut umgehen, mein' ich! Das, das... Das klang... Achso! Achso, nein, 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 ich fand das ernst! Achso, ich... Ganz kurz! Ausstattung? Ja, easy, komm! Warte mal, stopp! Nicht bereit! Sowas von nicht bereit, ey! Oh, achte, ich bin auch noch nicht bereit! Oh Gott, ganz vergesse! Ey, Tobi, du kannst mich mal jetzt, 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 jetzt hau ich rein hier! Oh oh! Gucken wir mal! Tele, Tobi, winke, winke! Der Curry ist, der Curry ist aber bitte definitiv der Staubsauger von den Tele... Ey, der, der hat immer Toast gemacht, voll geil! So, so Pancakes hat er immer gemacht, Tobi, willst du auch Pancakes? Dann hab ich's davon plötzlich gestorben, ne? Willst Pancakes auf meinem, äh, aus meinem Staubsaugerrohr haben? Der hat Pancakes gemacht! Guck mal, ich verheirat' eigentlich immer! Ich hab' keine Ahnung! Der ist immer am Popeln! Guck mal, herz' schon wieder! Du hast die Kacke hinter dir fliegen! Ja, gut! Ja, gut! Okay, zack! Der Curry rüstet sich auch noch aus! Das ist gut! Für uns! Die Mac hat so'n leichten Unterbiss, ne? Oder? Ja, klar! Was weiß man bei dem Spiel, die so genau aufs'n Unterbiss einfach mit so einem Grafikfehler? Okay, ich bin bereit! Jetzt geht's los! Ach, schön! Tobi! Wie war'n Lennas Tobi? Was? Was? Nein, war nur Spaß! Boah! Du bist ja ein richtiger Witzbold, Alter! Boah! Und einer von euch hat wieder die Opfergabe nicht eingestellt! War bestimmt Thomas! Hä, was? Ich hab alles an Opfergabe, was gibt auf der Welt! Du bist ne Opfer! Was? So aus dem Nichts einfach! Voll so! Öh! Jetzt droppt die Pan den Shit, Alter! Das liegt an meiner Beziehung! So, Dankeschön! Aber keine Sorge, das ändert sich bald! Ah! Oh! Du Arsch! Hier gibt's ja wirklich Tote! Wieso, ist wieder Knut oder was? Hahahaha! L待' da halt! Oh nö Oh nö! Ernsthaft! Ich dachte, der nimmt den Doktor. Wir hatten die nur einmal, die Maps! Sief boah! Als ob die noch nix! Die anderen sind die Feldmaps! Hast du ernsthaft jetzt noch den Doktor genommen, Tobi? Ja. Hast du nicht. Hast du wirklich? Nee. So was von gelogen. Ich hör das sofort. Ja. Nein, ist wirklich so. Nein. Du brauchst gar nicht mehr weiterreden, Tobi. Ich bin der Doktor. Ja. Hu? Ja. Hu? Der Doktor bin ich. Der Thomas ist doch jetzt immer Doktor Hu. Doktor Hu ist geil. Mit der TARDIS. Ich glaub ne TARDIS habe. Boah, ich auch. Und auch als Wohnung einfach. Hey, hey. Fokussieren. 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 Ja, ja. Fokussieren. Ja, ja. Sehr gut. Super machst du das. Super. Ich verstehe ich immer noch nicht. Wieso, wieso das mit den Generatoren und Strom vorsorgen? Super. Auch in diesem kleinen Vorort. Warum, Dead by Daylight? Wem gehören denn diese Röntgenbilder hier? Das sind meine. Das sind meine. Sorry. Dem Röntgenius-Institut. Du hast ne Gurke im Arsch. Was? Hm? Ne, das ist einfach nicht meine. Die gehört da aber auch hin. Er wurde damit geboren. Was meinst, warum der hier in der Klinik ist? Das ist ne Hämorrhide. Das ist keine Gurke. Die hab ich im Grün angemalt. Boah. So ne IXXL-Hämorrhide, ey. Die soll springen sein einfach. Die hat sogar ein Gesicht. Das werfe ich den Kindern in der Nachbarschaft zu. Dann springen sein die immer da. Oh, ne. Oh, nein. Geil, Tobi. Geil. Hau ab, Tobi. Hä? Wo ist der denn? Geil. Das finde ich jetzt nicht mehr so geil. Komisch. Warte mal, das ist Stufe 3. Na, Currywurzel. Verzieh dich. Pass auf, der hat Stufe 3, glaub ich, gehabt. Kacke. Ja, der hat sie doch nur genommen, damit er uns direkt killen kann, alter. Curry, mach doch mal ruhig. Ich werde wieder so salty werden. Hm, wo ist mit dir? Wie Curry? Boah, ist das jetzt dein Ernst, Curry? Wie langweilig? Oh, ha, 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 ha. Hustchen, komm zurück zu mir. Huh! Alter! Du bist ein Fo... Ey, du... Was? Curry, was? Was finde ich? Was finde ich? Curry, was finde ich? Curry, was? Weißt mich nicht, ey. Ich bin Michael Myers, ich habe einen Plot genommen, damit ich direkt hüllen kann. Ich schwöre dir, noch einmal, ich gehe raus, ne, ganz ehrlich. Na, tschau, Curry, tschau. Tschau, Curry, komm. Ja, geh doch jetzt die anderen holen, Mann. Ja, mach ich doch auch. Geh doch jetzt die anderen holen. Ich bin ja Michael Myers halt. Mit der weißen Maske so, wie auch der Kopf so gewackelt hat, so weiß. Soll ich ihn mal töten? Nein, Michael Myers muss immer töten. Oh Mann, ey. Ich weiß das sehr zu schätzen, was hier gerade passiert. Danke. Ich bin hier echt verbunden. Wer auch immer das ist jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr jetzt beide das Trikot angehabt, oder was? Ja, da war ich. Warum rennst du so? Das gefällt mir nicht. Nee, nur so. Die Drecksau. Das Ding läuft ja schon. Fuck. Ah, doch ja. Mein Ton, mein Ton, mein Ton, oh Gott. Good morning. Wie eklig bist du denn bitte? Was denn? Was denn? Ich habe doch drauf rumzuhauen, Mann. Der stand da einfach im Hintergrund und hat mich so, eee, das ist ekelhaft. Der Michael Myers ist geil, ey. Der ist einfach geil. Ja, aber ich habe mich jetzt gerade, ich habe ihn... Oh Gott, ich muss mich nicht. Warte mal, das Problem ist aber, Haken, dass der Haken echt gleich weg ist. Der Moin. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Haken, bitte. Danke. Nein. Hä? Das war voll geblummert. Ich habe die höchsten Fettstadt Spurkartzer. Lustig. Lustig. Hey, du bist so lustig, Tobi. Danke, dass du dabei bist, hier bei uns. Dich ist lustig. Du, ich kann auch gehen, Curry. Nee, nee. Ich kann auch einfach gehen, Curry. Das ist gar kein Problem, Kevin. Das war gerade echt so ein richtiger Jumpscare. Das war nicht super. Erik, bleib mal stehen, ich will mich an die Aufgaben. Verdammt. Oh Gott. Erik? Ja? Müsst du hin? Hinfort, mein lieber. Hinfort. Okay. Oh. Jans weit weg, Tobi. Ich finde es aber wirklich toll, wenn ihr mal hier bleibt. Ich möchte gerne mal... Nee, nee, habe ich keinen Bock. Habe ich keinen Bock, Tobi. Einfach mal mit normalen Menschen reden gerade. Voll geil. Schreib doch mal stehen! Mach mal vor mir weg! Mach! 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 Mach es bisschen fairer spielen! Mann, Pan. Mann, Pan! Nein! Der tötet die einfach! Nein! Der tötet die einfach. Was? Guck, was du aus mir gemacht hast, Pan. So ein Arschloch. Alle spielen fair, alle spielen mit normalen Perks. Nee, er muss wieder übertreiben. Mit normalen? Der hat die einfach gekillt. Weißt du, der Tobi war immer mein moralischer Kompass auf YouTube, dass sie mit dem heutigen Tag gestorben. Ja, seit... irgendwas hat sich bei Tobi geändert. Ja. Was ist da passiert? Ich dachte, die werden Bros, weißt du so, aber nee. Die ist doch gar nicht getötet. Hat die doch gar nicht getötet. Ich dachte, wir wären Bros, Tobi, weißt du, ich dachte, wir wären Bros. Hey Tobi. Boah. Hey, Erik. Ja, wenn du noch mal stehen bleibst. Lass du von der Idee gehen. Boah. Ja, Erik, sauber, sauber. Guck mal, Erik, da war gerade die Lukas gesehen. Ja. Voll war zu. Oh nein, man spielflimmert. Hör auf. Nee, nicht flimmern. Ich zieh das auf, das ist jetzt schlimmer. Echt ein bisschen ekelhaft, aber. Dann war das eine ganz normale Grafikeinstellung. Das, was du da gesehen hast, ne, der war schon sehr weit. Aber ist okay. Ah. Nee, 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 brauchst nicht, brauchst nicht. Bam, Baby. Sauber. Ja, Mann. Oh, da ist das laut. Gönn dir, Tobi. Gönn dir. Hä? Okay. Und jetzt? Jetzt hab ich Angst. Hau doch ab. Komm doch mal stehen, Curry. Dieser Kack-Kögel. Ah, ganz schlecht. Curry, wie sieht's aus? Nee, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Es sieht ganz schlecht aus. Ich will nicht sagen, aber ich fühle mich nicht gut. Wenn es schlecht aussieht, ist es nicht so gut. Ich glaube, ich bleib doch mal stehen. Tobi, hau ab. Ganz ehrlich, lass mich in Ruhe. Komm mal bei mir jetzt, komm. Das ist ja in meiner schwersten Stunden jetzt. Mann, keiner will Freunde mehr. Okay, wie sieht's aus, Erik? Äh, Arjo, rette ich? Nee, irgendwie nicht so. Erik, geh mal. Ja? Ist Regenbogen auf, oder was? Ist Regenbogen richtig am Start, oder wie? Ja, ja, Regenbogen ist am Start. Okay, dann... Bei dir? Nee, ich muss zu dir. Ich muss irgendwie... Also, ich muss das Glück suchen. Irgendwie. Ich fühle mich gerade noch nicht so lebendig, weißt du? Herr Curry steht wahrscheinlich hier irgendwo an der Lupe gerade und will, dass du gehst. Aber ich fühle mich so lebendig. Geh raus, Erik, geh raus. Komm, verzieh dich, Erik. Ciao, Tobi. Ja, rein. Ja, Mann. Geil. Yes, Baby. Yes, Baby. Aber ihr habt nicht mal anstanden gehabt, der Pan zu helfen. Das ist echt widerlich. Ach, komm, Tobi. Jetzt. Ganz ehrlich. Der Einzige, der keinen Anstand hat, bist du, Tobi. Der Einzige bist du, Tobi. Du bist das Opfer, okay, Tobi? Richtiges Opfer. Ich muss Michael Meier spielen, damit ich mich direkt töten kann. Ey, was geht denn mit euch, Leute? Das Spiel bewerten wir, aber es war super. Ja, ich melde Tobi auf jeden Fall jetzt. Können wir wieder Kopfschmerzabletten reingehauen. Tobi, das waren keine Kopfschmerzen. Das waren keine Kopfschmerzen. Stimmt, mein Tisch ist die ganze Zeit schon angehoben, ey. Du hast doch du klemmt. Ja, ja. Wahrscheinlich mal was im Weg kommt. Aber ich muss sagen, Tobi, der war schon ein ordentlicher Killer heute, ne? Also hat er schon... Ach, komm, dann halt doch die Schnauze, weißt du. Willst du einmal ein Kompliment machen? Ach, komm, ey. Du bist so undankbar. Du bist so undankbar, du scheiß Kopf, ey. Komm, wie hässlich du bist mit deinem komischen Taxstreifen da über der Nase. Ich habe einen Kackstreifen unter der Nase. Ich bin Art Mexikaner, aber ich cheate. Das war's. Das war's.